Wir wissen, dass wir nicht die Ersten hier waren. Unsere Geschichten erzählen von denen, die vor uns kamen. Die Alten. Die Welt der Alten war so anders als unsere. Sie erbauten unglaubliche Städte mit Türmen, die bis zu den Sternen reichten. Doch eine Dunkelheit brach aus und ihre Städte wurden zu Gräbern. Und ohne sie begann die Welt, sich zu verändern. Ihre großen Städte verschwanden. Und an ihrer Stelle entstand neues Leben. Mit der Zeit, nach und nach, kamen Stämme in diese Lande. Manche klein und bescheiden. Manche so mächtig wie Könige. Man sagt, mein Stamm war der Erste. Der Erste, der jagte. Der Erste, der den Boden erhob. Denn diese Welt war nie unsere. Schon immer mussten wir sie teilen. Eine gefährliche Balance zwischen Mensch und Maschine. Da ist die Herde. Endlich. 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 Endlich.